yo was geht ab hier ist euer schlo und zwar kommen wir heute mal zu einem brand heißen neuen xp lobby glitch auf jeden fall erstmal vielen dank an stislavisler der mir dieses video zur verfügung gestellt hat ja das einzige was ihr machen müsst ihr müsst herrschaft suchen und wenn ihr dann herrschaft gesucht habt müsst ihr warten bis die restliche zeit auf 8 sekunden ist wenn ihr das gemacht habt werdet ihr gleich sehen dann müsst ihr in diesen media player reingehen das über der playstation ist ja wenn ihr in dem media player seid wartet bis zu 40 sekunden er hat es in dem fall ein bisschen vorgespult wenn ihr dann 40 sekunden gewartet habt jungs dann werdet ihr auf jeden fall sehen dann sind alle level 1 und wenn alle level 1 sind dann werdet ihr auf jeden fall merken dass dieser glitch geklappt hat ja dann könnt ihr eure freunde bekannte oder sonst irgendwas bescheid sagen die können nachschauen und dann könnt ihr euch gegenseitig helfen die ganzen kills zum beispiel also sagen wir mal zum beispiel die ganzen headshots oder reichweite kills oder 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 auf jeden fall vielen dank fürs zuschauen drop jetzt mal so richtig den like button bis dann ciao